So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir müssen die Batterie besorgen, bedeutet gehen wir hier, HQ, denke ich mal, Hauptquartier, Kommandozentrale, raus, gehen ganz zurück, gehen dann rechts rum, gehen wieder rechts, gehen dann links, gehen dann die Treppe runter, laufen da rüber, versuchen da einzudringen und hoffen, dass wir auf diesem Weg keinem Ver... Malte Dighton Zombie begegnen. So, das ist erstmal hier raus. Überall Blut, das ist schon mal ein gutes Zeichen, ne? Gehen wir da rum, da rum, da rum, da rum. Das ist mir klar, ich habe den Plan gesehen, kleines Mädels, da. Komm, guck mal kurz, ob wir da was finden, was schön ist, ha ha. Okay, wer braucht schon eine Kombination? So. Dann da runter. Gute Frage, wo ist die? Da habe ich ein paar Walken. Zeit, da war nicht so laut, Junge. Und das da ist die Autowerkstatt. Da ist gerade irgendwas hinter mir rumgeschlichen. Ich will gar nicht mal so genau wissen, was das ist. So, hier Batterien. Nö, was ist das? Hallo. So. Da. Klasse, es klemmt, es klemmt, es klemmt. Lieber nicht zu nah ran, wir wollen ja nicht, dass wir hier am Schluss Probleme bekommen mit ein paar Untoten, das ist auch gut. Ah, da ist wohl jemand leicht aggressiv. Molly! Was? Ich denke, du hast ihn. Ein weiterer! Er hat eine Medikation. Ein Kind von Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, aber... Er ist jetzt nicht sch***. Nein! Das sind zu viele. Der lebt noch. Tja, hätte sie mal lieber auf den Kopf eingeschlagen, Mädel, würde er nicht mehr leben. Gut. Batterie. Klasse! Ja, das ist echt perfekt. Gibt's was besseres? Dann lass das scheiß Ding runter. Kein Strom, gar nichts hier, das ist... Das ist ja mal wieder zum Platzen. Ach, du Scheiße. Wie krieg ich das Ding, ja? Das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Das ist mir doch schon... Ja, das ist mir schon klar. Ich brauche noch irgendwas, um diese Tür aufzubekommen, Leute. Hallo. Toll, klasse. Ich kann es nochmal probieren, aber... Da oben blinkt irgendwas drin. Leute. Ich muss die schon wieder anlabern. Hilda. Danke. Ja, ja. Ja. Oh, der Scheiß. Ja. Ich schläufe mir etwas gut, aha. Schalala. Ich nehme die Batterie. Und was jetzt? Das ist eine gute Frage. So, jetzt haben wir es endlich mal rausgeschaut. Alter, wollen sie mich verarschen? Okay. Okay. What? I think I'll hold onto it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. So war das nicht geplant. Leute, das war jetzt etwas beschissen. Aber ich meine, was soll man tun? Dann machen wir das Ganze nochmal. Ja. Bitte so. Und was soll man tun? Ja, 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 ja. Da 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 da. Ach was, das kommt dir nur so vor. So und jetzt? Ja, das hoffst nicht nur du. So. Rie? Hey Lee, danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich gemacht hätten. Kein Problem, wir sind alle auf der gleichen Team. Oh, oh, watch me! Tja, das ist natürlich nicht so prägelnd. Ja, das ist echt seltsam. Wie lange kennst du Vernon? Ein paar Jahre. Er war unsere Unterstützunggruppe. Er war wirklich großartig, um mir zu Ende mit meiner Krankheit zu kommen. Aber wie kommst du zu Ende mit einem solchen? Mit einem Ort wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Survivoren hätte ohne Vernon gemacht haben. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Tja, so war das damals. Ja dann. Dann ist ja toll. Ja, das ist schon ganz schön fies gelaufen hier. Aber ich meine, Schicksal würde ich das nennen. Nicht Ausgleich und Gerechtigkeit, Schicksal. Ich bin ein bisschen busy hier, Lee. Vielleicht solltest du diese Batterie oder mit der Medizin helfen. Bist du okay, Clem? Ja. Diese Schicksal ist wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, dass es wunderschön ist, aber ich liebe es. Being in Schule. Tja. Das... Ich bin auch. Ich war ein Lehrer, nicht? Ich erzähle dir was. Wenn wir uns selbst ein sicherer Ort finden, wir haben eine kleine Klasse. Nur du und ich. Es gibt ein homework? Aja. Wie ist die Frage gekommen? Ja. Ja. Ich hoffe, sie ist okay. Ich hoffe auch, dass ihr gut geht. Die hat immer in unserer Batterie. Natürlich wird das immer wie früher. Guck raus. Ist doch schon... Ja, genau. Alles andere können sie direkt nehmen. Dein Leben. Und so weiter und so fort. Oh, ein Fernsehen. Schade. Kein Strom, kein Fernsehen. So. Wie geht's mit der DER voran? Tja. Tja. Vielleicht sollte ich echt mal... Wie geht's mit mir helfen? Was hat sich schwer es auf meine Sicht Netzwerk? Schaut mir deine Meinung! Was ist das? Es ist Kenny. Daher habe ich ihn mit dem Boot gebeten, habe ich ihn ein bisschen besser erfahren. Er ist ein guter Mann, weißt du? Und sie hat mich dabei fest, auch mit meinem wissen, was ich weiß. Ich habe mich schon über erzählen ihm die Wahrheit. Ben, komm aus. Das wieder? Es ist meine Schuld, dass Duc und Katja gegangen sind. Wenn ich zurückkehlt auf dem Motorhof, dann würden sie noch immer wieder sein. Ja, nicht jetzt, das wäre gerade nicht. Nein, das wäre jetzt keine gute Idee, das mitzuteilen. Erst wenn wir vielleicht bevor es sehen, dann kann er sich einfach über Bord schmeißen, weil es. So, jetzt haben wir das Problem, dass immer noch keine Medikamente hier vorhanden sind. Äh, die Startflagge, so Torch, ja. Naja, das ist immer noch interessiert. So, wie komme ich zu dem Nursery-Scheiß-Ding, weil irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen. Die Schwesternstation. Das hier ist also die Schwestern. Wie komme ich hier hin? Ah, das ist einfach... Okay, das ist da hinten ums Eck. Alles klar. Gehen wir mal die Schwesternstation besuchen. Das Ganze aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und Tau drei.